guten morgen wir haben hier gepennt das richtig geil ja genau hier auf diesen pappkarton haben wir heute geschlafen good morning und hier genau ich da von da oben kommen wir also hier hinter dieser felswand haben wir geschlafen das ist ein richtig geiler spot und hier vorne ist mittelmeer mit dieser mittelmeeraussicht das hat die ganze zeit nicht geregnet das ist richtig gut und da hinten dieser berg da hinten da wo dampf oben drauf ist das ist dieser vulkan das ist der größte vulkan von wie heißt das ding von europa genau der ätna das ist das beste ikea bett welches ich je hatte das gemütlichste und stabilste das kannst du bestätigen wir haben es ja geteilt das war richtig geil gewesen dieser ikea karton